Ich habe auf jeden Fall jetzt richtig Lust drauf und freue mich jetzt noch Lina euch präsentieren zu dürfen, um sozusagen nochmal das Social Media Thema damit reinzuziehen, um da auch nochmal wertvollen Input von ihr zu bekommen. Lina, erzähl uns, was hast du uns heute mitgebracht? Ja, einen wunderschönen guten Abend erstmal und ich bin jetzt auch mega pumped durch die schönen Vorträge, die beiden und sehr inspirierend auch wirklich großartige Tipps, die gegeben worden sind, die ich mir jetzt auch notiert habe. Und was ich mitgebracht habe für euch ist jetzt auch das Thema Social Media und Sales. Wie bringe ich denn dazu, dass die Kunden, die mich vielleicht neu auf Social Media kennenlernen oder entdecken, wie bringe ich sie dazu, mich mehr an sie dranzulassen, sage ich jetzt mal. Oder wie die Alina sagen würde, mit dem Thema Flirten, wie motiviere ich vielleicht den Gegenüber auch mal den ersten Schritt auf mich zukommen zu lassen oder auch, wenn ich den ersten Schritt auf meinen potenziellen Neukunden mache, wie kann ich das über Social Media ganz elegant und ästhetisch machen. Und dazu habe ich ein paar Folien für euch zusammengestellt, die ich gleich mit euch teile. Sekunde. Und zwar habe ich das Ganze in zeitlich begrenzte Social Media Aktionen unterteilt und dauerhafte Tätigkeiten auf Social Media. Mit zeitlich begrenzten Aktionen meine ich solche Geschichten wie Gewinnspiele, Challenges, Mitmachaktionen, kostenlose Webinare, Tiny Workshops geben. Alles Dinge, mit denen man eben den Gegenüber eher an sich binden kann, mit denen man seine Aufmerksamkeit catchen kann. Und dauerhafte Tätigkeiten sind eben, hochwertige Content-Geschichten rauszubringen und natürlich auch die Community an sich aufzubauen. Das heißt, Engagement zu betreiben, zu kommentieren, bei anderen zu liken und echtes Interesse zu zeigen, was wir jetzt ja heute schon ein paar Mal gehört haben. Und oftmals ist es so, dass mich Kunden fragen, wenn es darum geht, Social Media Strategie und wie kriege ich jetzt mehr Reichweite. Also da kann man nicht einfach ein Gewinnspiel machen, dass wir dann direkt viele potenzielle neue Leads haben oder Verkäufe haben und Follower und was auch immer. Da will ich nur ganz kurz mit reingehen. Und zwar gibt es gerade jetzt speziell für Instagram neue Richtlinien, nur dass ihr das mal gehört habt und euch dann darüber im Internet nochmal genau informieren könnt. Das ist jetzt nur das, was ich jetzt auch offiziell finden konnte. Wie gesagt, meine Empfehlung, wenn ihr ein Gewinnspiel macht, informiert euch online nochmal im Detail, wie ihr das machen müsst. Denn oftmals ist es so, dass Instagram und Facebook teilweise auch vieles gar nicht mehr mögen bei Gewinnspielen, wie zum Beispiel, dass man den Leuten sagt, du musst jetzt jemanden in einem Beitrag markieren von mir und da ist eigentlich die Person gar nicht zu sehen, die man markieren soll. Also Falschmarkierungen beispielsweise oder auf Instagram wird es jetzt, das ist jetzt eine Grauzone, wird es nicht mehr so gern gesehen, wenn man sagt, um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsstest du in deine Story teilen, diesen Beitrag oder bei dir in deinem Feed teilen und so weiter und so fort. Also sämtliche Handlungen, die sagen, du musst jetzt kommentieren, liken, teilen, was auch immer, um daran teilzunehmen. Das ist eine Grauzone, es ist nicht ganz verboten, es ist nur etwas unklar, das sind neue Richtlinien und bis das wirklich mal klar wird, dauert es eine Weile, aber dass ihr das schon mal gehört habt. Und ganz wichtig, wenn ihr sagt, ich möchte Gewinnspiele machen, um mehr Interesse, quasi Flirteinladungen ohne Ende rauszuschicken, müsst ihr dabei bedenken, es kann sein, dass ihr für diesen Beitrag viel Reichweite erhaltet, weil die Leute wirklich diesen Gewinn, den ihr verlost oder so, wirklich haben wollen und dann total aktiv sind und dementsprechend eure Reichweite steigt und der Algorithmus sich denkt, boah, das ist ein spannender Account. Wenn dann aber Beiträge kommen, die jetzt nicht zum Gewinnspiel irgendwas dazu sagen, sondern, ich sag jetzt mal, normaler Content ist und der dann wieder weniger Reichweite bekommt, weil man kriegt ja nichts zu gewinnen, merkt der Algorithmus, ups, der Account ist vielleicht doch nicht so spannend und dann rankt man den Account teilweise sogar niedriger, als er eigentlich am Anfang war. Deswegen immer gut aufpassen, weil mit solchen Gewinnspielen, da zieht man nicht nur spannende Kontakte an, sondern leider auch solche Gewinnspiel-Hunter, sag ich jetzt mal, die einfach nur darauf aus sind, irgendwas gewinnen zu können. Aber es gibt ja noch andere coole Sachen, die man auf Social Media machen kann, um eben Sales zu generieren, neue Kunden, neue potenzielle Kunden zu erreichen und was jetzt voll im Trend ist und immer mehr kommt, sind Community Challenges beziehungsweise Mitmachaktionen. Warum die so cool sind, ist einfach, dass man eine echte Aktivität der Community generiert. Das bedeutet, du musst nicht erst ein mega geiles, materielles Objekt in die Kamera halten und sagen, du kannst das hier gewinnen, wenn du irgendwas machst, sondern du aktivierst deine Community von natürlicher Weise aus, dass sie miteinander kommuniziert, dass sie mit dir kommunizieren, sich dir auch öffnen, je nachdem, welche Aktion das ist. Ich habe auch gleich ein paar Beispiele für euch. Gut geplante Aktionen sorgen für mindestens genauso viel Reichweite und Sichtbarkeit, wenn man es eben gut pflegt, gut plant und eine coole Idee hat, wie man seine Community aktivieren kann, dann braucht man auch nicht über ein Gewinnspiel nachzudenken, weil das ist viel, viel mehrwertreicher, sage ich jetzt mal, für die Community, als nur einen Gegenstand zu verlosen oder zu verschenken. Ihr könnt mit einer Challenge oder mit einer Mitmachaktion die Leute viel mehr miteinander auch vernetzen und ganz, ganz tollen Mehrwert bieten. Und zwar mithilfe von verschiedenen Ideen. Ich habe jetzt mal ein paar rausgegriffen, die so die gängigsten sind. Vielleicht hat der eine oder andere das schon mal auf Facebook oder auf Instagram mitbekommen. Ihr könnt gerne mal in den Chat schreiben, ob ihr mal an so einer Challenge oder Mitmachaktion auch selber mal mitgemacht habt. Und wenn ja, was hatte euch dazu bewegt, das mal mitzumachen? War es, dass ihr dann auch sichtbar werden konntet oder weil es einfach eine coole Aktion war und ihr gesehen habt, dass andere auch sich vorstellen können, sich präsentieren können und austauschen können. Es gibt verschiedene Mitmachaktionen, wie zum Beispiel die einfachste, die Vorstellungsrunde. Das haben wir bei uns auf dem Sofortteilverkanal auf Instagram auch gemacht. War ein gutes Feedback, was wir bekommen haben. Die Schwarmintelligenz, wenn man fragt, beispielsweise als Ernährungsberater, was bedeutet für euch eine gute Ernährungsberatung? Schwarmintelligenz. Haut raus, was ihr glaubt, was ein guter Ernährungsberater ausmacht oder ein guter Ernährungsplan? Like-Time, auch sich gegenseitig zu unterstützen mit Likes. Promotion, ganz, ganz spannend, wenn man sagt, okay, hier, ich zeige mal, was ich mache, aber ich möchte auch gerne wissen, was ihr als Community alles macht. Welche Dienstleistungen habt ihr? Ich persönlich habe schon die eine oder andere Dienstleistung gebucht von Leuten, die einfach nur in so einer Mitmach-Challenge kommentiert haben, wo ich mir dachte, hey, genau die Person habe ich gesucht. Und das ist, ja, es kann auch mal Zufall sein, dass man sagt, okay, das sind genau die richtigen Leute, mit denen ich kooperieren will, die kommentieren, die machen sich dann in diesem Post einfach sichtbar. Das ist quasi geballte Informationsladung in einem Beitrag. Und ich speichere mir die Sachen immer, wenn ich sowas sehe, dass Mitmach-Aktionen dabei sind, weil man kann immer wieder darauf zugreifen und gucken, okay, wer hatte sich unter diesem Beitrag sichtbar gemacht? Auch Dankes-Challenges sind total schön, um mal herauszufinden, beispielsweise wie hier, welche Weiterbildung, welche Online-Kurse waren für euch dieses Jahr besonders wertvoll, um auch für sich noch ein paar Insights über seine Community herauszufinden, was auch sehr später für ein Verkaufsgespräch später sein kann. Denn jeder, der kommentiert hat, hat quasi so den ersten Schritt für ein Gespräch mit dir gemacht. Und den kannst du dann natürlich auch anschreiben und eben auf dieses Thema von der Mitmach-Aktion beispielsweise ansprechen und so eben ins Gespräch kommen und daraus kann sich ja auch was Cooles entwickeln. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, und das wurde ja schon heute ein paar Mal erwähnt, über Webinare oder, wie ich es auch sage, Tiny Workshops, mehr an seine potenziellen Kunden ranzukommen. Und ich habe jetzt geschrieben, Qualität hat seinen Preis. Und zwar bin ich da persönlich der Meinung, dass wir ja schon sehr viel, ich sage jetzt mal, Preis im Sinne von Zeit und Ressourcenreinheit, einstecken, um qualitativ hochwertigen Content auf Instagram, Facebook und LinkedIn zu packen. Diese Content-Gestaltung kostet uns so in dem Sinne ja auch irgendwo Zeit und auch irgendwo auch Geld. Und darüber dann eben Webinare beispielsweise oder kleine Workshops anzubieten, die nicht immer kostenfrei sind. Ganz wichtig, ich bin der Meinung, es muss nicht immer ein Freebie sein. Es darf auch mal ein günstiger Workshop sein, ein günstiges Webinar sein, um eben ein spezifisches Thema aus dem, was du sowieso anbietest, mal genauer unter die Lupe zu nehmen und die Leute sozusagen anzuteasern und neugierig drauf zu machen, was passiert dann, wenn ich auch noch das Coaching von der Person buche oder das komplette Produktpaket von der Person buche. Und es muss nicht immer das ultimative, krasse Workshop-Paket sein für sechs Wochen oder sowas, sondern kann wie hier unten, habe ich ein Bild reingemacht, das war jetzt ein Beispiel von einer Person, die hat ein Fünf-Tages-Workshop gestaltet, wie man seine Berufswahl besser entdeckt mithilfe von innerer persönlicher Erfahrung etc. In fünf Tagen, das war so ein Fünf-Tage-Mini-Workshop und dann hat es eben einen Teaser gegeben in den letzten zwei Tagen, dass man eben, wenn man da wirklich tief reingehen möchte und in die Umsetzung gehen möchte, kann man auch das Coaching-Paket fehlen. Und dieser Workshop war dann nicht umsonst, aber er war relativ günstig, sodass man sagt, ja, die Hemmschwelle, das zu kaufen, war jetzt weniger groß. Also ja, die Hemmschwelle war sehr gering, dass man jetzt sagt, okay, das gönne ich mir jetzt als Aperitif, sage ich jetzt mal, um eben vielleicht auch das größte Paket zu holen. Weil oft ist es so, das kenne ich persönlich, dass die Menschen sagen, ja, ein großes Coaching-Paket. Da muss ich mir überlegen, ob das jetzt wirklich die Qualität hat, die ich brauche oder komme ich mit der Person überhaupt klar, wenn ich mich jetzt verpflichte, mehrere Wochen, Monate mit der Person zusammenzuarbeiten. Da wünschen sich viele auch eher so ein kleines Einsteiger-Paket und mit so einem Workshop. Vor allem, wenn man es so als DIY-Workshop macht. Das heißt, aufnehmen, was passiert ist in den fünf Tagen und dann immer wieder zum Verkauf stellen auf einer Online-Plattform, damit man es sich auch später runterladen kann, also kaufen kann und dann unabhängig von dem Experten selber auch diesen Workshop durchmachen kann. Ja, also dann mit hast du quasi einen Mini-Online-Kurs gestaltet, indem du erst mal so einen Workshop live mit den Personen gemacht hast, deine Expertise gegeben hast, die Leute haben Vertrauen, die Leute hören deine Stimme, die wissen, wie du arbeitest, was du für ein Content bringst, wie viel Mehrwert du bringst, sagen, alles klar, ich habe in den fünf Tagen schon viel gelernt, jetzt hole ich mir das große Paket. Oder diese sagen, okay, das hat mir erst mal gereicht und ich warte einfach noch, bis es vielleicht noch ein anderes Angebot gibt oder vielleicht brauche ich einfach noch zwei, drei Monate und dann gehe ich auf die Person zu. Und das, finde ich, ist ein super Zwischenbaustein zwischen kostenlosen Content, dann solche kleine Produkte anzubieten, die dann auch dauerhaft quasi Evergreen in Digistore oder Allopage oder wo auch immer verkauft werden können und dann zu einem großen Paket gehen zu können. Und da ist meiner Meinung nach auch diese gefühlte freie Wahl zu haben, was möchte ich, wie viel Content möchte ich wirklich konsumieren von der Person, was super, super wertvoll sein kann für jemanden, der dann sagt, okay, ich möchte jetzt nicht so hart in den Sales gehen und ständig so ein Funnel aufstellen, wobei das ja auch schon ein kleiner Funnel wäre. Aber ihr wisst, was ich meine wahrscheinlich, dass man eben mit dem kostenlosen Content schon mal die Leute anziehen kann. Ja, ich habe jetzt dazu, ich habe jetzt Expertise, Vertrauen und Social Proofing geschrieben, vorher stand da Jab, 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 Right Hook. Das ist nämlich so eins meiner Lieblingsbücher für richtig coolen Content. Das ist ein Buch von Gary Wee, wo er auch darin beschreibt, dass du erst mal viel geben musst, viel hochwertigen Content. Das habe ich jetzt aufgeteilt in Expertise, Vertrauen und Social Proof und dann das Angebot zu geben. Also Jab, Jab, Jab heißt geben, geben, geben quasi. Und da Right Hook ist der rechte Haken, mit dem du quasi dein Angebot sozusagen pitchst, was jetzt ziemlich hart klingt, so im Boxen, aber eigentlich auch auf eine ganz elegante und schöne Art gemacht werden kann. Genau. Das ist so das, was ich, ich mache mal kurz Stopp, das ist, was ich euch unbedingt mitgeben wollte zum Thema, wie ihr auf Social Media verkaufen könnt. Das war jetzt auch noch die Frage gewesen wegen Facebook-Gruppen. Das ist auch super, super spannend. Ich kann euch von meinen Erfahrungen teilen, was ich selber erfahren habe, auch durch meine Kunden, es gibt diverse Facebook-Gruppen, die jetzt nicht spezifisch auf das Unternehmen gebrandet sind, also die nicht sagen, hier, ich bin Agentur XY und das ist meine Facebook-Gruppe, sondern es ist eine allgemeine Facebook-Gruppe, die sich um ein Thema kümmert, wie beispielsweise Ernährungsberatung oder sowas. Und darin aktiv zu sein im Sinne von mit den Leuten zu kommunizieren oder Fragen von Leuten zu beantworten, die eben wirklich Interesse haben an einer Ernährungsberatung, aber jetzt unsicher sind, weil es so viele Angebote gibt und sie erstmal kostenfreien Content haben wollen. Da schon als Experte zur Seite zu stehen, mit leichten Antworten eben schon helfen zu können, macht unglaublich viel aus und macht super viel Sympathie aus. Also ich habe schon selber viele, viele Kunden akquirieren können, obwohl ich gar nicht die Absicht dazu hatte, aktiv da jetzt auf Kundenjagd zu gehen oder sowas, sondern einfach nur, weil ich gesehen habe, hey, das sind einfache Fragen, die kann ich in zwei Minuten in einem Kommentar beantworten, aber für jemand anderem, für den Gegenüber war das so unglaublich wertvoll, als er mir dann privat geschrieben hat und sagte, hey, wir lassen uns mal vernetzen auf LinkedIn oder sowas, war richtig gut, hat mir voll weitergeholfen. Also mit solchen Sachen kann man definitiv in Facebook-Gruppen auf seine Zielgruppe zugehen und dann eben auch ohne aufdringlich zu wirken oder ohne dann zu pushen, wirklich sich auch als Experte zu positionieren und dann dem anderen im Gedächtnis bleiben.